Englischer Kocker Spaniel Der Englisch-Kocker Spaniel ist eine mittelgroße Hunderasse mit langen Ohren und einem fröhlichen Gemüt. Der Begriff Kocker in dem Namen stammt aus der Zeit, als sie in England Waldschnepfen jagten, obwohl englische Kocker auch zur Jagd auf viele andere Vogelarten eingesetzt wurden. Sie sind großartige Begleithunde für Menschen, die ihnen die nötige Bewegung bieten können. Selbst Wohnungsbewohner werden diesen anhänglichen und anpassungsfähigen Hund lieben. Interessante Fakten über diese Rasse Was ist der Unterschied zwischen einem Englisch-Kocker und einem Kocker-Spaniel aus Amerika, fragen Sie sich? Vor nicht allzu langer Zeit wurden amerikanisch und englische Kocker als ein und dieselbe Rasse angesehen. Die Entscheidung, sie als getrennte Rassen zu klassifizieren, wurde in den 1930er Jahren getroffen, als deutlich wurde, dass sich die Kocker-Spaniel in den USA von denen in England unterschieden. Ein Unterschied ist die Größe. Der englische Kocker-Spaniel ist größer als der amerikanische Kocker-Spaniel. Sie haben auch einen anderen Körperbau. Und im Gegensatz zum amerikanischen Kocker ist der englische Kocker eher auf dem Feld zu finden. Der Englisch-Kocker ist fröhlich und anhänglich. Er ist ein kräftiger Hund mit einer langen, quadratischen Schnauze, ausdrucksstarken Augen, langen Ohren, die bis zur Nasenspitze reichen, wenn man sie nach vorne zieht, und einer kopierten Rute. Der englische Kocker hat ein mittellanges Fell, obwohl die Variante, die Sie auf dem Feld sehen, ein kürzeres Fell haben als die im Ausstellungsring. Sie sind an der Schulter 35 bis 43 Zentimeter groß. Als Sporthunde haben englische Kocker eine große Ausdauer und Energie. Außerdem sind sie neugierige Hunde, die gerne Dinge erforschen. Englisch-Kocker-Spaniels sind ausgezeichnete Apportierhunde mit feinem Maul, die auch in schwierigem Gelände gut jagen. Englische Kocker sind zwar intelligent, können aber manchmal stur sein, vor allem, wenn sie keinen guten Grund sehen, das zu tun, was sie von ihnen verlangen. Gehorsamkeitstraining ist bei jedem Hund eine gute Idee, aber bei Jagdhunden muss man sie vor allem darauf trainieren, auf Zuruf zu kommen und ihren Befehlen zu gehorchen. Da sie ihren Menschen gegenüber sehr anhänglich sind, ist es wichtig, ein sanftes, konsequentes Training durchzuführen, das den Geist ihres Hundes nicht bricht. Das Training trägt auch dazu bei, dass ihr englisch-Kocker geistig stimuliert wird. Er ist ein Hund, der gerne lernt. Die Talente eines Englisch-Kockers sind nicht auf das Feld beschränkt. Er kann auch gut in Fährtenarbeit, Gehorsamkeitsprüfungen, Flyball und Agility eingesetzt werden. Da englische Kocker sehr menschenbezogen sind, gedeihen sie am besten in der Nähe ihrer Familien und können zerstörerisch werden, wenn sie häufig allein gelassen werden und keine Gesellschaft oder Beschäftigung haben. Sie kommen gut mit Kindern zurecht und sind gute Begleiter für Menschen jeden Alters. Sie sind zwar wachsam und bellen bei Geräuschen, aber erwarten sie nicht, dass sie effektive Wachhunde sind. Dafür sind sie viel zu freundlich und werden höchstwahrscheinlich die Hände von Fremden, denen sie begegnen, schwanzwedelnd abschlecken. Highlights Englische Kocker Spaniel können schwer stubenrein sein. Kistentraining wird empfohlen. Manche Englisch-Kocker bellen sehr viel. Englische Kocker sind sehr anhänglich und lieben die Nähe zu ihren Familien. Sie sind jedoch Jagdhunde und könnten im freien Vögel oder kleine Tiere jagen. Nehmen Sie Ihren Englisch-Kocker immer an die Leine, wenn Sie sich nicht in einem eingezäunten Bereich befinden. Bringen Sie ihm bei, dass er zu Ihnen kommt, wenn Sie ihn rufen. Kocker haben eine weiche Persönlichkeit. Strenge Trainingsmethoden können dazu führen, dass sie ängstlich werden oder sich ganz verschließen. Achten Sie auf ein sanftes, konsequentes Training, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Wenn Ihr englischer Kocker nicht genug Bewegung bekommt, kann er fettleibig und zerstörerisch werden. Die langen Ohren eines Englisch-Kocker-Spaniels sind anfällig für Ohrinfektionen. Geschichte Spaniels in verschiedenen Größen gibt es seit Jahrhunderten. Bereits in den Werken von Schauser und Shakespeare finden sich Hinweise auf Spaniels. Es gibt zwei Arten von Spaniels, Landspaniels und Wasserspaniels. Englische Kocker gehören zur Familie der Landspaniels. Sie verdanken ihren Namen der Aufgabe, die sie erfüllten, nämlich die Jagd auf Waldschnepfen, einer Art von Wildvögeln. Bis ins letzte Jahrhundert war es nicht ungewöhnlich, dass ein einziger Wurf von Spaniels Welpen in verschiedenen Größen hervorbrachte. Die Züchter entschieden je nach Größe, Muskulatur, Intelligenz und Ausdauer, wofür die Welpen in ihrem Wurf am besten geeignet erschienen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts begannen britische Züchter jedoch, die Spaniels in spezifische Rassen zu unterteilen, – English Springer, Welsh Springer, Cocker, Field, Sussex, Clumber und Irish Water Spaniel. Alle Spaniels, die weniger als 25 Pfund wogen, wurden als Cocker, Spaniels klassifiziert. Es gab jedoch einige Meinungsverschiedenheiten über die Gewichtsbezeichnungen, sodass schließlich beschlossen wurde, dass der Typ bei der Bestimmung der Hunderasse wichtiger sein sollte als das Gewicht. 1885 wurde in England der Spaniel-Club gegründet. Eine der ersten Aufgaben des Clubs bestand darin, Rassestandarts für die verschiedenen Spanieltypen zu erstellen. Auf der anderen Seite des großen Teichs ging die Entwicklung des Cockers in eine andere Richtung. Amerikanische Züchter entschieden sich für kleinere Hunde mit einem runderen Schädel, einer kürzeren Schnauze und einem schwereren Fell. Um 1935 war klar, dass amerikanische und englische Cocker Spaniels zwei sehr unterschiedliche Typen waren. Der English Cocker Spaniel Club of America wurde 1936 gegründet und der American Kennel Club erkannte die beiden Varianten 1946 als getrennte Rassen an, wobei die eine als Englisch-Cocker Spaniel, die andere nur als Cocker Spaniel bezeichnet wurde. Persönlichkeit und Charakterzüge Der Englisch-Cocker wird als fröhlich und anhänglich mit einem ausgeglichenen Gemüt beschrieben. Er ist verspielt, gelehrig und freundlich zu Menschen, wenn auch manchmal reserviert gegenüber Fremden und anderen Hunden. Englische Cocker bellen, um zu signalieren, dass sich jemand nährt. Sie sind daher gute Wachhunde, aber als typische Spaniels zeigen sie dem Einbrecher gerne, wo das Silber ist. Wie alle Hunde brauchen auch English Cocker Spaniels eine frühe Sozialisierung, das heißt sie müssen schon in jungen Jahren mit vielen verschiedenen Menschen, Sehenswürdigkeiten, Geräuschen und Erfahrungen in Kontakt kommen. Die Sozialisierung trägt dazu bei, dass ihr Englisch-Cocker-Welpe zu einem vielseitigen Hund heranwächst. Rassetypische Krankheiten Englische Cocker sind im Allgemeinen gesund, aber wie alle Rassen sind sie anfällig für bestimmte Gesundheitsstörungen. Nicht alle Englisch-Cockers erkranken an einer oder allen dieser Krankheiten, aber es ist wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, wenn sie diese Rasse in Betracht ziehen. Wenn sie einen Welpen kaufen möchten, sollten sie sich einen guten Züchter suchen, der ihnen die Gesundheitszeugnisse beider Elterntiere vorlegt. Gesundheitszeugnisse belegen, dass ein Hund auf eine bestimmte Krankheit getestet und von dieser befreit wurde. Augenprobleme Cocker sind anfällig für eine Reihe von Augenproblemen, darunter die progressive Netzhautatrophie, abgekürzt PRA, eine degenerative Erkrankung der Sehzellen der Netzhaut, die zur Erblindung führen kann, der graue Star, Katarakt, ein trüber Belag, der sich über dem Auge bildet, das Glaukom, eine Erkrankung, bei der sich Druck im Inneren des Augapfels aufbaut, und Augenanomalien. Wenn sie eine Rötung in den Augen ihres Cockers bemerken oder wenn er anfängt, sich häufig das Gesicht zu reiben, bringen sie ihn zur Untersuchung zum Tierarzt. Hüftdysplasie Es wird angenommen, dass viele Faktoren, einschließlich Genetik, Umwelt und Ernährung, zu dieser Deformierung des Hüftgelenks beitragen. Betroffene Cocker können ein normales, gesundes Leben führen, allerdings müssen sie darauf achten, dass sie sich nicht überanstrengen. In schweren Fällen kann es sein, dass ihr Cocker eine Hüftoperation benötigt, um sich besser bewegen zu können. Nierenversagen Nierenversagen im jungen Alter, zwischen 9 und 24 Monaten, kommt gelegentlich vor und wird vermutlich vererbt. Angeborene sensorineurale Taubheit Dies ist eine Erkrankung, die derzeit nur bei partikelfarbigen Englisch-Cockers vorkommt. Die Welpen sind bereits bei der Geburt betroffen, wobei die Degeneration des Gehörs bis zum Alter von vier Wochen zur Taubheit führt. Einige Englisch-Cocker-Züchter sind dazu übergegangen, ihre Hunde vor der Zucht auf Taubheit zu testen. Dilatative Kardiomyopathie Dies ist eine Krankheit, bei der der Herzmuskel übermäßig gedehnt wird. Sie scheint vor allem einfarbige Englisch-Cocker zu betreffen. Zu den Anzeichen gehören Gewichtsverlust, Schwäche, aufgeblähter Bauch, Husten, Ohnmacht und ein schneller Herzschlag. Die Diagnose wird durch Röntgenaufnahmen und Echokardiographie gestellt. Haltung Englische Cocker-Spaniels sind anpassungsfähig und können sogar gut in einer Wohnung leben, solange sie täglich Bewegung bekommen, um in Form zu bleiben. Diese Rasse ist sehr ausdauernd und freut sich über lange, zügige Spaziergänge, Apportierspiele oder Sportarten wie Agiliti oder Flyball. Welpen haben unterschiedliche Bewegungsbedürfnisse. Im Alter von neun Wochen bis vier Monaten ist der Welpenkindergarten einmal bis zweimal pro Woche eine gute Möglichkeit, den Welpenbewegung, Training und Sozialisierung zu bieten, plus 15 bis 20 Minuten Spielzeit im Garten, morgens und abends. Werfen Sie ihnen einen Ball zu, damit Sie ihn holen können. Im Alter von vier bis sechs Monaten genügen wöchentliche Gehorsamkeitsübungen und tägliche Spaziergänge von circa fünf Kilometern Länge, plus Spielzeit im Garten. Im Alter von sechs Monaten bis zu einem Jahr sollten Sie an kühlen Morgen oder Abenden mit einem Ball spielen, nicht in der Hitze des Tages. Wenn er ein Jahr alt ist, kann Ihr Englisch-Kocker-Welpe anfangen, mit ihnen zu joggen, aber halten Sie die Entfernung auf weniger als einen Kilometer und machen Sie unterwegs häufig Pausen. Mit zunehmender Reife können Sie die Distanz und die Dauer des Laufens erhöhen. Dieses abgestufte Maß an Bewegung wird seine sich noch entwickelnden Knochen und Gelenke schonen. Erziehen Sie Ihren Englisch-Kocker mit einer sanften Hand. Er hat ein sensibles Spaniel-Temperament und reagiert nicht gut auf Stränge. Verwenden Sie positive Verstärkungstechniken wie Futterbelohnungen, Lob und Spiel. Er lernt schnell und wenn Sie das Training konsequent und mit Spaß gestalten, werden Sie mit seinen Fähigkeiten mehr als zufrieden sein. Wie alle Hunde haben auch Englisch-Kockers eine schelmische Seite. Sie sind auch Futterhunde. Bewahren Sie Futter und Müll außer Reichweite auf, ebenso wie alles andere, in das Sie nicht hineingeraten sollen, vor allem während der neugierigen Welpenzeit. Eine Kiste oder Hundelaufstall ist eine gute Möglichkeit, um zu verhindern, dass Ihr Englisch-Kocker in Schwierigkeiten gerät, wenn Sie nicht in der Nähe sind, um ihn zu beaufsichtigen. Wie viel Ihr erwachsener Hund frisst hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu zählen die Größe, sein Alter, sein Körperbau, sein Stoffwechsel und sein Aktivitätsniveau. Hunde sind Individuen, genau wie Menschen und sie brauchen nicht alle die gleiche Menge an Futter. Es versteht sich fast von selbst, dass ein sehr aktiver Hund mehr braucht als ein Stubenhocker. Auch die Qualität des Hundefutters, welches Sie kaufen, macht einen Unterschied. Je besser das Hundefutter, desto besser wird Ihr Hund ernährt und desto weniger müssen Sie in den Napf Ihres Hundes schütten. Halten Sie Ihren Hund fit, indem Sie sein Futter abmessen und zweimal am Tag füttern, anstatt ständig Futter herumstehen zu lassen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob er übergewichtig ist, machen Sie den Sehtest und den praktischen Test. Schauen Sie zuerst an ihm herunter. Sie sollten eine Taille sehen können. Legen Sie dann Ihre Hände auf seinen Rücken, die Daumen entlang der Wirbelsöhle, die Finger nach unten gespreizt. Die Rippen sollten ohne starkes Drücken zwar fühlbar, jedoch nicht sichtbar sein. Wenn das nicht der Fall ist, braucht er weniger Futter und mehr Bewegung. Fellfarbe und Pflege Englisch-Kocker Spaniels haben ein mittellanges Fell, das flach oder leicht gewählt ist und eine seidige Textur aufweist. Die Beine, die Brust und der Bauch sind mit längerem Haar bedeckt, das als Befederung bezeichnet wird, aber nicht so stark wie bei ihrem Cousin, dem amerikanischen Cocker Spaniel. Die Befederung ist mehr als nur dekorativ, sie schützt den Körper des Hundes vor Kratzern oder anderen Verletzungen, wenn er sich auf dem Feld fortbewegt. Englische Cocker gibt es in vielen verschiedenen Fellfarben. Dazu gehören Partikelfarben, wie Weiß mit Schwarz, Leberfarben oder roten Schattierungen, dann einfarbig-Schwarz, Leberfarben oder rote Schattierungen, Schwarz- und Lohfarben sowie Leberfarben und Lohfarben. Jede dieser Farben oder Muster kann Lohfarbene Abzeichen an den Augenbrauen, der Schnauze, der Kehle, der Hüfte und den Pfoten aufweisen. Bürsten Sie das Fell Ihres Englisch-Kockers jeden zweiten Tag und immer dann, wenn er im Freien war. Sie können die Befedern trimmen, damit es nicht auf dem Boden schleift. Das Fell eines Englisch-Kocke-Schohans erfordert mehr Aufwand. Es muss von Hand oder mit einem Abziehmesser abgezogen werden. Wenn Sie vorhaben, Ihren Englisch-Kocke auszustellen, sollten Sie bei einem Züchter in die Lehre gehen, um zu lernen, wie man das Fell richtig pflegt. Reinigen Sie die Ohren wöchentlich mit einem Reinigungsmittel, das vom Züchter oder Tierarzt des Hundes empfohlen wird. Da die Ohren nach unten hängen, sind sie anfällig für Ohrinfektionen. Achten Sie beim Reinigen der Ohren auf Anzeichen von Infektionen wie schlechten Geruch, Rötung, Empfindlichkeit oder Juckreiz. Wenn Ihr Englisch-Kocke häufig den Kopf schüttelt oder sich am Ohr kratzt, bringen Sie ihn zur Untersuchung zum Tierarzt. Bei Ohrinfektionen ist es am besten, sobald wie möglich mit der Behandlung zu beginnen. Zu den weiteren Pflegebedürfnissen gehören Zahnhygiene und Nagelpflege. Putzen Sie die Zähne mindestens zweimal bis dreimal pro Woche, um Zahnstein und Bakterien zu entfernen. Täglich ist besser, wenn Sie das Maul Ihres Englisch-Kockers gesund halten wollen. Schneiden Sie die Nägel einmal bis zweimal pro Monat oder nach Bedarf. Wenn Sie sie auf dem Boden knirschen hören können, sind sie zu lang. Kurze Nägel tragen dazu bei, dass die Pfoten Ihres Hundes in gutem Zustand bleiben und verhindern zudem, dass Sie an Ihren Beinen kratzen, wenn Ihr Englisch-Kocker begeistert aufspringt, um Sie zu begrüßen. Gewöhnen Sie Ihren Englisch-Kocker schon im Welpenalter daran, gebürstet und untersucht zu werden. Fassen Sie häufig seine Pfoten an, Hunde sind empfindlich, wenn es um Ihre Füße geht, und schauen Sie ihm ins Maul und in die Ohren. Machen Sie die Fellpflege zu einer positiven Erfahrung, die mit Lob und Belohnungen einhergeht und Sie legen den Grundstein für einfache tierärztliche Untersuchungen und andere Handgriffe, wenn er erwachsen ist. Achten Sie bei der Fellpflege auf Wunden, Ausschläge oder Anzeichen einer Infektion wie Rötungen, Druckempfindlichkeit oder Entzündungen auf der Haut, in den Ohren, der Nase, dem Maul und den Augen sowie an den Pfoten. Die Augen sollten klar sein, ohne Rötung oder Ausfluss. Ihre sorgfältige wöchentliche Untersuchung wird Ihnen helfen, mögliche Gesundheitsprobleme frühzeitig zu erkennen. Kinder und andere Haustiere Englische Kocker sind freundliche, lebenslustige und sanfte Familienhunde, die gut mit Kindern auskommen, vor allem, wenn sie mit ihnen aufgewachsen sind. Ausgewachsene englische Kocker, die nicht mit Kindern vertraut sind, kommen am besten in einem Zuhause mit älteren Kindern zurecht, die wissen, wie man mit Hunden umgeht. Bringen Sie Kindern immer bei, wie man sich Hunden nähert und sie anfasst und beaufsichtigen Sie alle Interaktionen zwischen Hunden und kleinen Kindern, um zu verhindern, dass eine der beiden Parteien beißt oder an den Ohren oder am Schwanz zieht. Bringen Sie Ihrem Kind bei, sich niemals einem Hund zu nähern, während er schläft oder frisst, oder zu versuchen, ihm das Futter wegzunehmen. Kein Hund sollte jemals unbeaufsichtigt mit einem Kind gelassen werden. Englisch-Kockers genießen die Gesellschaft anderer Hunde und kommen auch gut mit Katzen aus, vor allem, wenn sie schon früh an sie herangeführt werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Hunde Untertitelung des ZDF, 2020